Herr Schmidt, wir stehen hier auf einem Grundstück in der Gemarkung Arnstein. Sie sind der Pressesprecher der Polizei Würzburg. Können Sie mir bestätigen, dass man hier auf diesem Grundstück im Gartenhaus die Leichen von sechs jungen Leuten gefunden hat? Ja, ein Vater von zwei jungen Leuten hat heute Vormittag eine grausame Entdeckung hier gemacht. Offenbar waren die sechs jungen Leute im Alter zwischen 18 und 19 Jahren hier und haben seit gestern Abend eine private Feier abgehalten. Der Vater hat sich heute morgen auf den Weg hierher gemacht, um nach dem Rechten zu sehen und hat dann die sechs Personen reglos in dem Gebäude angetroffen. Kann man schon was zu der Todesursache sagen? Die Hintergründe, wie die jungen Leute zu Tode gekommen sind, sind bislang noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hatte inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen werden natürlich auch in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt. Es kommen aktuell verschiedene Ursachen in Betracht. Das ist allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen. Es ist möglich, dass die Verstorbenen jetzt obduziert werden, um die exakte Todesursache festzustellen und das Ergebnis dieser Obduktionen bleibt abzuwarten. Vielen Dank. Bitte schön.